Musik Hallo, ich bin hier heute mit Michelle vom Kanal The Beauty Shell und mit Sophia vom Kanal Sophia Beauty Café und ja, diese beiden Kanäle sind verlinkt in der Infobox Wir sind nämlich heute beim Sommercamp von Mediacraft und wir dachten uns, wieso nutzen wir nicht die Chance und drehen eine Challenge Wir haben uns jetzt für die 7 Sekunden Challenge entschieden weil ich die total lustig finde und ich die noch nicht gedreht hatte Sie hat schon einmal eine 7 Sekunden Challenge gedreht Die verlinke ich mir auch mal in die Infobox Die ist sehr lustig geworden, ich hoffe unsere wird auch lustig Und ja, wir haben jetzt nicht so viel Zeugs hier Das heißt, wir haben kein Mehl, irgendwas komisches womit wir jetzt so mega lustige Aufgaben machen können Ja, lasst euch übersaschen und ich würde sagen, ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß So, ich habe euch auf Twitter gefragt nach Aufgaben Also sind das jetzt alles eure Ideen Und zwar machen wir das immer so, dass sie mir eine Aufgabe stellt Sie zählt dann, ich stelle dann ihr eine Aufgabe und so geht das dann rum Je nachdem, wie lange wir dann Bock haben Und ja, ich würde sagen, ich stelle mir mal die erste Aufgabe Mit Wasser im Mond singen 7 Sekunden Okay Was soll ich jetzt entscheiden? Ich habe die Muster zählen, ja? Die Beyond Wasser Ich probiere Was soll ich sagen? Das darfst du jetzt entscheiden Alle meine Älmchen Weil wir sind hier auf dem Wasser Hast du das nicht schonmal gemacht? Ich habe gesagt, ich liebe meine Change-off Ah stimmt Stimmt, warte Ich kann so schön singen Das war wunderschön Hat man es echt nicht verstanden? Ich habe es in meinem Kopf super schön gemacht Na, die Hauptsache, gell? Warte, Tunnel 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 Unten 40? 40 Selfies Okay 40 Selfies Kann ich aber meine Kamera schon aufmachen? Ja Oder willst du mein Handy benutzen? Meinst du es ein bisschen mehr heute? Ja 40 Selfies Ja, meint es ist so schlecht Okay Ab jetzt Ist das so schnell? Wie lange habe ich noch? Stopp Ops Stopp 4 8 12 16 20 34 36 40 41 Genau Geschafft Aber 100 wäre echt saufend 100 wäre echt viel 100 wäre echt viel 100, da muss man schnell einen Daumen haben Ja Vor allen Dingen mit so einem Handy wie bei mir Du darfst jetzt eine Aufgabe für Michelle aussuchen Michelle, du hast 7 Sekunden Zeit 2 Charaktere von Pretty Little Liars zu nehmen und die Namen jeweils rückwärts aufzulassen Ich kann das überhaupt nicht Red... 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 Und... Aira... Und das so... Ich werde das rückwärts dann jetzt einblenden und dann werdet ihr hören, ob das geklappt hat 6 6 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 10 10 11 11 15 15 15 15 14 15 dass du in sieben Sekunden eine Geschichte erfindest. Und los! Drei Mädels sind hier auf dem Rhein und schiffen und sind laut und sind cool und wir fahren lässig rum und dann plötzlich fallen wir alle ins Meer und sind alle tot und dann stehen wir wieder auf und sind zu geistern und glücklich. Glücklich! Das war voll schlechter in Zählermodus. Drücke! Drücke! Okay. Das ist so klein. Ich habe jetzt sowas Eigenes. Das ist was Eigenes? Ja, aber das ist eigentlich ganz leicht. Okay. Für mich schnell. Ja, warte genau. Ich muss kurz überlegen. So. Da ist zehn Sekunden Zeit, dir jetzt schnell YouTuber zu schnappen und kurz mit ihm hier vor der Kamera zu tanzen. Geht los! Ihr müsst das klicken! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Und das? Was soll ich denn machen? Wuhuuu! Du darfst jetzt auch deinen YouTube-Channel erwähnen. Nein! Ich bin Luisa von Luisa Crashen! Vorbeischauen! So, letzte Aufgabe stellt sie jetzt an mich. Also ich könnte ja gemeinsam und das mit dem Claudio. Ohhhh! Also, du musst in sieben Sekunden dorthin laufen, dich so lange wie möglich festhalten. Wo festhalten? Und dem blauen Teil, was du findest. Hä? Auf welchen raus? Achso. Und dann? Und dann? Dich festhalten und sagen, ich will ein kleines Kameras. Okay, darf ich dafür die Kamera holen? Sonst sieht man mich ja gar nicht. Keine Ahnung. Das sieht irgendwie... Mein Kameräffchen. Weißt du, das sieht ab. Warte. Das war schick. Das war echt schick, ne? Das sah aus wie ein Affe. Ja, das sollte es ja auch. Ich bin ja Kameräffchen. So, das war dann jetzt die Challenge. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen Spaß gemacht. War jetzt für mich sehr anstrengend. Ich hoffe für euch auch. Und ja, vergesst nicht bei den beiden Mädels vorbeizuschauen. Und hier rechts von mir ist jetzt noch einmal meine letzte Challenge verlinkt. Und zwar war das Wachid oder Pflicht mit meiner Schwester Laura. Ja, schaut ihr vorbei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss! 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 Haha!